Beim Fliegenpilz ist es so, dass er in kleinen Dosen anregend wirkt. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Fliegenpilz die Leistungslust steigert. Damit, dass er dir das Gefühl gibt, dich zeigen zu wollen. Also du hast nicht mal so eine Hemmung anzufangen, sondern du machst einfach. Du willst Dinge nach vorne bringen, du willst, dass die Welt dich sieht, du willst so mit dem Kopf durch die Wand und hast Lust auch an Konflikten und hast so ein bisschen Spaß an Reibung ohne irgendwelche Nebenwirkungen, ohne dass du dich körperlich schlecht fühlst. Du fühlst dich ausgezeichnet, hervorragend und ja, deswegen lieben wir es, den Fliegenpilz zu mikrodosieren.